ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risikoinweis gibt es natürlich wie immer vorab gerne mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche es geht direkt los wir fangen heute mit dem nasdaq future an der hat nämlich bis zum august hoch korrigiert 13.740 punkte der rückgang folgte nach einem fehlausbruch am jahres hoch und jetzt muss der markt hier reagieren um ja einen neuen versuch zu starten ansonsten könnte es relativ schnell in diese zone gehen hier 13.493 bis 13.348 da gab es eben viele berührungspunkte in der vergangenheit der deutsche leitindex ist bereits in eine kurzfristige unterstützungszone reingelaufen und zwar wird die folgendermaßen definiert 16.125 bis 16.063 hier gab es eben auch viele berührungspunkte das wäre die erste möglichkeit um von dort aus wieder einen angriff zu starten sollte der bereich allerdings nicht halten dann könnte der markt deutlich weiter nach unten abdriften und da wäre eine ja meiner meinung nach deutlich stärkere unterstützungszone zu finden die beginnt ab 15.891 punkten und geht bis 15.816 in dieser bereich da sehen wir dass die käufer immer wieder aktiv wurden also das könnte man auch noch als weiteres kursziel auf der unterseite nehmen konkrete trading ideen gibt es da auch in meinem video von heute morgen fahrt ihr das gerne an den link gibt es unten in der beschreibung gehen aber nochmal rüber zum euro dollar hier wird das tief der vorwoche getestet das paar konnte sich jetzt aber wieder etwas erholen wenn der bereich von 107 59 allerdings durchbrochen wird dann geht das schnell in richtung 107 andererseits könnte ja nach dieser positiven reaktion auch eine erholung stattfinden bis in richtung 108 48 und danach könnte es weiter gehen bis in richtung 109 42 hier sind eben wichtige zwischentiefs gewesen gold erholt sich jetzt nach einem schwachen wochenstart aktuell sehen wir einen zweiten potenziellen fehlausbruch an der unterstützung oder einem tief bei 1969 dollar das ermöglicht eine weitere erholung und vielleicht auch nochmal den beginn eines neuen großen aufwärtsimpulses um dann einen neuen rekordstand zu markieren wenn der bereich allerdings nochmals getestet wird und nicht halten sollte dann ist es wahrscheinlich dass wir hier in diese tiefs rein laufen im bereich von 1900 und 49 dollar die ölsorte wti testet die widerstandslinie bei rund 74 dollar die unterstützung bei 1 bei 71 66 hat jetzt ja in dieser woche als sprungbett genutzt um eben hier diesen bereich zu testen in der vorwoche gab es bereits oder in den vergangenen wochen gab es bereits annäherungsversuche jetzt kommt eben der test bei einem ausbruch könnte es schnell richtung 76 71 gehen wenn der markt allerdings hier abprallt dann ja ist ein erneuter test hier unten zu erwarten wie gesagt trading ideen oder wie man das ganze technisch umsetzt dann ja in meinem video und abschließend noch der bitcoin die kryptowährung notiert nämlich in dieser woche jetzt doch wieder im minus und steckt weiterhin in einer seitwärtsphase in seitwärtsphase fest 26600 bis 27600 diese seitwärtsphase muss aufgelöst werden ein bruch nach unten würde bedeuten dass wir das ausbruchsniveau bei 25200 sehen könnten ansonsten muss der bereich hier oben geknackt werden und dann wäre auch wieder ein neues jahres hoch drin denn der langfristige aufhältstrend ist ja noch intakt lasst gerne einen daumen da viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal